Oh, runtergefallen. Ja, und dein Debatt wird doch gleich sterben wieder. Ja, sehr schön. Ich frage mich, ob man den Gewinn vom letzten, ob man den auch wieder minimieren kann. Wahrscheinlich, also wir werden es gleich herausfinden. So, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Vermintide. Diesmal ist mit dabei der Zwerg und die Feuertante. Quasi der Lord Saitama und der Pyrocar. Cindy ist diesmal leider nicht mit dabei. Aufgrund akuter Unlust müssen wir ohne sie auskommen. Schön ausgedrückt. Schön ausgedrückt. Dafür haben wir den Zwerg, der macht das bestimmt auch gut. Bin ich mir sicher. Wir haben uns auch schon mitglückt. Mitglück. Achso, ich habe jetzt auch Glück. Weißt du noch vorne? Ja, wie viel? 100%. Dann musst du das zurück machen. Ja, genau. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie mein Loadout aussieht. Was ist denn das hier für ein Schmuckstück? Warte mal. Achso, 60% beim Heilen. Von anderen. Ah, ich weiß halt nicht. Ob ich das 100% Glück drinne lasse. Wegen Grimoire. Hm. Hm, aber wahrscheinlich schon. Oder meinst du wegen Bottets Würfel? Naja. Naja, jetzt bei Schwarzpulver gibt es ja keine Grimoire. Ne, weil ich ja noch so ein Schmuckstück habe. Ähm. Äh, was den Gesundheitsverlust durch Grimoire verringert. Das habe ich ja jetzt nicht drin. Dafür müsste ich irgendjemanden rausschmeißen. Und ich wüsste halt jetzt nicht, was ich da rausschmeißen sollte. So, also wie gesagt, wir haben uns schon geeinigt. Wir spielen jetzt erstmal Schwarzpulver. Da haben wir nämlich eine Quest für. Und dann geht's mal los. Sobald der Zwerg das hier startet. Ja, ich war gerade auf Kataklysmus. Ja, oi, 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 oi. Naja, wir schaffen das ja ohne Probleme. Ja, das hatten wir ja das letzte Mal schon gesehen. Wie easy das war. Ja, mit links und Fortschfieber. Ne? Ja, stopf mal alles rein da. In das Schiff. Ja. Schiff mit Schwarzpulver gefüllt. Das ist doch ein super Ziel für ein Brandpfeil, oder? Auf alle Fälle. Halt ordentlich. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Was ist denn jetzt los hier? Du musst dir auch geben, dass du dann plötzlich das Schiffrad im Kopf hast. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, hier ist aber lange finster. Aber er startet doch noch. Ja, finstere Zeiten kehren über uns. Ja. Bin mal gespannt, wie der Ping ist. Kann es leider... Weißt du, was das Schlimme ist? Was ist das? Finstere Zeiten über uns kehren. Naja. Naja, ich bin ne Krott, die erste Leuchte. Also, nasses Streichholz in nem feuchten Keller ist genauso effektiv. Ja, da kann ich leider nicht widersprechen. Macht er doch schon die Drohnen auf. Ja. Wie viel Glück hast denn du? 25. Oh, ja. Dann sollte lieber ich machen. Da ich... Ich habe ja in einer der letzten Folgen in 100% Glückteile ein Muckstück gefunden. Ich habe mich aber noch nicht informiert, was 100% Glück bedeutet. Ob das dann doppelte Dropchance für was weiß ich ist. Für alles. Nur für die Beutewürfel oder... Ich schätze mal für alles. Für alles. Ja, deswegen ist jetzt hier auch gerade erstmal gar nichts drin. Und das wird doppelte Chance. Ja. Da ist auch die doppelte Chance nichts zu kriegen. Hier ist Sven und Medi. Brauchen wir ja gerade so. Ja, da können die Bots sich mal... Einstecken. Ich weiß gar nicht... Für unsere Quest müssen wir alle überleben. Ich weiß nicht, ob das für die Bots auch zählt. Na, wir können die ja... Wenn die sterben, kann man sie ja kurz zuvor nochmal... Wiederbeleben. Ja. Ich habe einen Pass. Tuch. Die ruined that. Hinter dir. Ich habe es gemerkt. Leid den ersten Treffer kassiert hier. Aua. Ja, ich auch. Oh gut. Ich mache mal hier die Truhe auf. Heilzeug. Hör. Das geht ja gut los hier. Sowieso. Ich muss mich mal... Muss mich mal einspielen hier. Aber immerhin... Ihn haben wir schon. Ja. Boah, dann erwischt ich mich schon wieder. Nee, das ist mir Wurst so voll explodiert. Ach, es ist explodiert. Tolle Wurst. Das stimmt. Null von acht. Ähm, erinnere mich mal daran, dass ich nachgucken wollte, wie ich die... die Nachrichten, die Quest-Nachrichten ausschalten kann. Wenn ich es noch vergesse, erinnere ich dich dran. Ja, das ist gelogen. Berat beim Fass. Ja, hier unten ist jede Menge was los. Ich heil gerade mal hier, Kyrill. Ja, komm, Kommandant. Ich war so blöd. Ich habe aus Versehen Linksklick beim Fass gemacht. Ja, ärgerlich. Super, da haben wir ja zwei von zwei in die Luft fliegen lassen. Ja, die kommen ja Gott sei Dank wieder. Der Ganner ist ja irgendwo. Aber ich wüsste wo. Ach, da oben. Ja, schön. Okay. Der Dicke kommt. Ich möchte doch gar nicht runter. Nö. Einfach anzünden. Ja, der Dicke ist tot. Oh, Mann. Uhuhu. Darum wollen wir was sagen. Wir haben einen Pass. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben den Dicken schon weg. Und wir sehen noch so gut aus. Ja, absolut. Also ich sehe ja sowieso immer gut aus, ne? Da hinten ist der Gassenrunner. Ja, Kyrillien. Steht doch einfach im Weg, genau. Hast du das gesehen? Wie tief die Ratte geflogen ist? Ja. Die hat einen schönen Abflug gemacht. Aber Public ist doch schon hier, dass ja jemand dazukommen könnte, oder? Jo. Eigentlich, jo. Nichts, wenn Gott keiner Bock hat. Nee. Aber ich hätte ja gedacht, weil es ist ja eine Quest. Eine aktuelle sogar. Aha. Alle abschießen. Okay, du hast das fast. Ich hab fast geklaut. Ja, nach unten. Jo. Hier ist niemand. Das ist gut. Jetzt schnell rennen. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Gut, ja, meine kurzen Behörden ist echt darin. Und die Ohrkratz sagen. Ja, Happen. Ja, ist tot. Aber Markus hat ihn erwischt. Gemeinheit. Achtung, Kommandanten. Ja, schön. Jetzt werde ich langsam wieder warm hier mit Blocken. Und das läuft. Wie blocken? Ja, blocken halt. So. Rechtsklick. Blocken, wegstoßen, zuschlagen. Traum. Halt. Und da klappt es genau nicht. Ja, Vorführeffekt. Ja, genau. Du viel drüber gelabert. War so klar. Richtig. Das ist alles vorbei, gleich. Ja. Du siehst aber auch ein bisschen rot aus um die Nase, ne? Echt? Ja. Finde ich, ne? Na gut. Jetzt hast du wieder die Drohung gemacht. Hab ich gar nicht. Achtung, Strangler. Da ist er. Ja, da ist er. Ja, nice. Hast du das gesehen? Bin da hinten los. Party. Oh, von hinten, Lena. Oh, Mann. Immer wieder erwischen die mich gerade so oder so. Ja, jetzt weg. Stell sie hin. Na, wie ist denn weggeflogen? So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, hier ist es fast. Ja, ich hab das so Ding geschmissen. Ich hab das von hinten schon geholt. Ja. Aber der, dass der Markus totgegangen ist, hat leider gezählt. Ärgerlich. Ja, wir müssen die dann, ne, wir brauchen die dann nur, ähm. Na, wo kommt denn der? Da. Über dir. Ja, unten Assassin. Hey, Gasrad ist tot. Mal schauen, wie saust du? Assassin ist auch hier unten. Ach, du stellst ihn hin. Sehr gut. Ja, hat gezerrt. Ja. Hätte ich halt, hätte ich halt auch gedacht. Ist, ist eine schöne Karte, also machen wir sie nochmal. Ja, richtig. Wenn wir zweimal mit zweimal überleben, haben wir ja auch viere, ne? Also, wenn wir beide zweimal überleben, war's das auch. Ach, er da. Ich hab das andere. Ja, sehr gut. Wenn jetzt keine Gegner kommen, putter sind super ran. Oh, das sieht gut aus. Bin schon fast da. Ist so hinter mir? Ich bin direkt hinter dir. Oh, nice. Überholt, überholt. Oh, das ist ja ein Doppelrand gewesen. Hey, hast du das gesehen? Das war Trickshot. Ja, und ich hab auch schon mal schön festgehangen und geruckelt. Okay, wo sind denn die nächsten Fässer? Na, da oben ist eins. Moment, das ist ein Fässer von hier. Achso, willst du das zerschören, damit man nicht dahin willsen, oder was? Nö, ist egal. Das wanderte eh. Okay. Ah, hier geht doch mal aus dem Weg, ihr Ratten. Bin ja gespannt, wenn der jetzt noch mal stirbt, zählt der dann zweimal, ist gestorben, oder? Ja, komm. Ne, wirklich. Ja, das hat schön geklungen. Ach, der lebt noch. Ja. Äh, wo wollen wir hin? Da hinten, okay. Oh, ne, ich häng fest. Ah. Oh, das Wort knapp bei einer Wege zu Wasser gefallen. Da ist ein... Garno. Ja, da ist... Ey, oh, der Betz selber hat mich... Uh, schießt, hat mich zrenklapp. Ja. Wie bist du denn nach der Hinten? Gott hat geholfen. Ja, nice. Also, ich habe uns beide gleich mal. Oh, hier. Wo bist du denn? Nach da hinten. Ich bin am Pass. Mein Bier. Das ist aber echt doof, dass keine Spieler da sind heute. Kallion ist da gut. Oh, ne. Merillian. Hinter dir ist auch noch welche. Werben, aber ohne, das ist doch schon gemein. Ja. So, hier, der Redling Gunn ist hinüber. Ja, ich bin an der Gunn vorbeigelaufen. Ja, das ist aber. Wer die gefeuert hat. Oh, ohne, dass das fast versetzt wurde. Die wollte dich auch gar nicht. Ach, hier. Ich habe es wieder nie gehört, dass die hinter mir sind. Ey, hinter dir sind welche. Ja, oh. Mensch. Wie kommst du denn darauf? Oh, das ist Mist. Jetzt ist der andere nochmal gestorben und jetzt haben wir nur noch einen Überlebenden. Ja, super. Hm, kann man die Bots nur irgendwie kicken? Ja, ne. Oder wir lassen die einfach liegen, wenn die das nächste Mal sterben. Ja. Das ist jetzt ärgerlich. Wie viele Fässer haben wir denn noch? Eins. Hm. Ja, schaffen wir das zu zweit? Gut, schwierig, ne? Jetzt ist doch nur ein Fass. Na gut, ja. Ich hab's. Ja. Und die kommt von da hin. Ach komm, na, schafft er noch gerade so seinen Scheißangriff. Na, also. Ja. So. Jetzt kommen die gleich von oben. Juhu, ich freu mich. Ja, ich höre es auch schon. Da ist eine Truhe. Oh, ja, und genau in meinen Weg. Oh, du bist doch flott. Ja. Ja. So. Alle Fässer hingemacht. Sehr gut, bin unterwegs. Da hängt hier noch einer. Juhu. Geschafft. Wow, mit einer Eins haben wir es geschafft. Eins von vier. Ja, und dabei haben sie überlebt. Das ist die Kunst. Ja, das ist ein Traum. Ja. Das muss uns mal erst mal einer nachmachen. Wow, 25% haben wir geschafft. Hier wurden wir gerade gewunken. Ich weiß gar nicht warum. Darf uns nicht reden. Warum denn? Ja, da bist du halt mit drin. Das passiert ja ganz selten. So, was haben wir? Was kriegen wir? Wahrscheinlich nichts für unsere Müden. Ja, ne, ich habe eine Null. Ich auch. Du hast auch eine Null. Blaue Dolche. Ja, es lief wunderbar, ne, Gunther? Wir hatten Teamschutz als Aufgabe. Es sind keine Pubs dazu gekommen. Und drei Bots sind gestorben. Und das hat alles gezählt. Also haben wir eine Eins von vier geschafft. Top. Ja, nur noch dreimal. Genau, die gleiche Map. Dann haben wir es. Ja. Indem man sie wieder hinstellt und die nochmal sterben. Nicht hinstellen, ne. Zu zweit abmachen. Ist eh facher. Ja, jetzt machen wir. Damit es sich lohnt, machen wir Kataklysmus. Nee, Spaß beiseite. Nee, lieber nicht. Genau. Eigentlich auf Kataklysmus durfte man es ummachen. Naja, vielleicht heimen wir die einfach diesmal. Eh, zweimal öfter. Ja, werden wir wahrscheinlich müssen. Wir hatten ja eigentlich gut Heilzeug. Wahrscheinlich durch das Glück. Bin mir nicht sicher. Müssen wir uns halt tatsächlich ranhalten. Wir versuchen es mal ein bisschen schneller. Dann haben die keine Zeit zu sterben. Ja. Also wir müssen es irgendwo recken lassen, liegen lassen. Nee, klappt ja nicht. Der andere Bot will ihnen ja dann aufhelfen. Nee, der andere Bot hilft. Nee, hoch. Oder? Nur wenn sie am Boden liegen. Ja, ja, nur wenn sie am Boden liegen. Wenn sie tot sind, nicht. Nee. Da sollten wir durchkommen. Also du Lacker, du machst die Türen auf. Äh, die Truhen auf. Ja. Ich mach die Truhen auf. Gut, dass wir das endlich mal besprochen haben. Hier ist die Osten. Meine Truhe. Meine, meine, meine. Hier, Heilzeug und Drang. Na, Speedy. Ich mach Speedy, kannst alles. Oh, da sind schon die Osten Opfer. So, jetzt bin ich hier warm gespielt mit, mit Blocken und so. Das sollte jetzt besser gehen. Naja. Alter, wie viele kommen denn hier schon? Ja, genau so viele wie sterben. Naja. So, hier ist die nächste Truhe. Zwei Heiltränke. Ja, endlich mal was. So, hier ist Muni. Weißt du, raus. Heilzeug. Ja, weiter Hook. Hook ist tot. Okay, die Truhe hier hinten. Nur in Stärketrank oder so. Ich glaube dir. Der ist oben irgendwo. Da oben. Ja. Hast du das gesehen? Von oben drauf gehämmert. Hier ist ein Kommandant. Na, ist hinüber der Kommandant. Eine leere Truhe. Diesmal haben wir nicht so viel Glück. Das ist bei mir hinten, so eine Truhe. Ja. Ich bin hinten bei den Fässern gerade. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Das ist es. Mache den Ratvillen. Gruber macht das schon. Denke ich. Portet er sich? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Irgendwann ja. Assassin. Das ist nicht so gut. Huch. Habe ich das fast angemacht? Ne. Okay. Also bei mir, ne? Bei mir auch vor mir kommen Leute. Ich hatte aus Versehen die falsche Waffe draußen. Hier. Oh shit. Na toll. Haben's. Haben's mein Fass angehittet. Ja, Mist. Huuuhu. Halt nicht die Treppe hoch. Leiter meine ich natürlich. Das ist ja keine Treppe. Hier. Nice. Genau, schnetzelt mal weiter. Ich hatte das in der Fass. Karelian hat sich schon mal geheilt. Ich nehme hier die Bombe mit. Na, na. Oh, wie viele sind das? Das brauchen mehrere. Ja. Und Gas. Okay, Gasrat ist hinüber. Ja, hinten ist das Fass, würde ich sagen, ne? Ja, das ist das andere, was bei mir kaputt gegangen ist. Das andere habe ich ja von dir geklaut. Spawnt ist er wieder an derselben Stelle. Ah, der dicke. Da hat er mich natürlich gleich erst mal ordentlich erwischt, der. Ich auch. Gasratte? Oh, das war schon mal daneben. Sehr gut. Gift? Ich weiß nicht, von wo. Ich habe sie gekillt. Also, ich habe sie nicht gekillt. Ich habe sie ins Wasser geschippt. Ah, sehr gut. Ich muss schon sagen, ich habe, okay, gar nichts gesehen. Achtung, einzelne Viecher, komm. Mehrere. Einzelne. Ach, komm. Als ob ich euch nie erwischt hätte. Ja, komm. Klappt ja wieder traumhaft. Gekillt. Ja, sehr schön. Habt Spaß geklaut. Meins, meins. Ich habe mich so ein bisschen angestellt mit den einzelnen Viechern, die ich hier hatte. Deswegen muss ich mich erst mal wieder heilen. Von rechts. Ja. Von hinten. Ist mir egal, ich renne vorwärts. Ja. Okay, super. Du bist schon mal am Ziel. Ja. Ja, dann haben wir schon wieder dahinter. Ja. Ja, ja, die Ratten. Ich bin doch dabei. Die habe ich doch nebenbei mit erwischt. Ich gehe oben, das fass du hin? Ja. Oh, da jumpt der einfach neben mir runter. Wir müssen, glaube ich, hier die Treppe hoch, die hier links ist, oder? Nö, ja, kann sein. Nö, ja, gut. Ich wollte den Haltrang hier hinten noch mitnehmen. Ach, okay. Ausrede. Sicher. Das hat zum Glück keiner bemerkt. Ja, aber ich wusste, dass da ein Haltrang ist, weil ich dort vorher die Bombe geklaut habe. Na, sehr gut. Hm. Die Bots sind noch nicht gestorben, ne? Und hier ist eine Truhe. Warum hast du die aufgemacht? Na, rat mal, warum. Ach so. Weiß ich nicht. Ich fange mir die Gas. Wird, ist weg. Ja, Kruba ist gleich hinüber. Ja. Ja, Kruba ist hinüber. Alter. Halt da. Ich sehe komischen Kommandanten. Ja, komm. Geht einfach alle weg. Müsste uns mal heilen. Aber ich habe hier gerade keine Ruhe. Ja. Ja. Jetzt. Heile den Bot dann, lieber. Ja. Ja, ich bin erst mal hinüber. Das wird so nix. So, du bist schuld. Hehehe. Ich bin schuld. Du hast mich ganz allein gelassen. Hey, die sind da alle bei dem Aufgang gespawnt und dann kam ich da nicht mehr weg. Das war doof. Ja, aber bist du sicher, dass du nicht privat gemacht hast? Ja. Weil? Das ist schon verdächtig. So ein bisschen. Ja, da ist ein Assassin hinter dir. Er ist unten. Ja, jetzt hat er dich gleich wahrscheinlich. Ja. Jetzt hat er mich. Ja. Ja, ich hab dich. Stell den nächsten hin. Und noch jeden. Damit du all wieder sterben kannst. Dann machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich nochmal. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Na, ich treffe den mit meinem Stab nicht. Doch. Doch, hast du noch. Ja, das ist immer schwierig. Weil der so eine komische Kurve macht. Und der hat auch nie unbedingt die beste Genauigkeit. Grundsätzlich. Ja. 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 Ja, hab das fast. Der Ratz, ja. Das sind die Raten. Ja, hier, die kommen schon wieder genau bei mir gespawnt, die Kollegen. Oh, runtergefallen. Ja, und den Bot, den Bot wurde durchlässt, haben wir wieder. Ja, sehr schön. Ich frage mich, ich frage mich, ob man den Gewinn vom Letzten, ob man den auch wieder minimieren kann. Ja, wahrscheinlich. Also, wir werden es gleich herausfinden. Oh, hier, ey. Ja, komm. Jetzt wechselt er doch noch die Waffe. Eine Hochgratte. Bin mir nicht sicher, wo die ist. Ich hab sie nur kurz gehört. Ist dort. Ach so, okay. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die Waffe ist. Untertitelung des ZDF, 2020